Wow, was eine Drehung. Sagst du Tschüss? Tschüssi. Guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Ich bin wieder der Einzige, der wach ist. Die Mädels schlafen noch. Das ist immer das Gleiche irgendwie. Aber ist ja nicht schlimm. Es sind ja schließlich noch Ferien. Und deshalb sollen ja auch ruhig mal alle was länger schlafen. Ich packe jetzt gleich meine Sachen, weil ich mit Lamia eigentlich ins Fitnessstudio wollte. Dafür müsste die aber innerhalb der nächsten halben Stunde wach werden. Sonst lohnt sich das nicht mehr. Ja, und in der Zeit, wo ich mit Lamia dann unterwegs bin, wollten Rosie und Johanna, was sollten die denn machen? Irgendwas sollten die machen. Ich glaube ein Video für Dojo drehen. Ja, genau. Das Skaterbahn-Video. Und das Back to School. Back to School Video. Wollten die für Dojo drehen. Und wie gesagt, ich wollte dann ins Fitnessstudio mit Lamia. Damit die mehr Ruhe haben auch. Und wenn ich wiederkomme, habe ich noch einen beruflichen Termin mittags. Und dann fahren wir am Nachmittag, wenn Lamia wieder wach ist, vom Mittagsschlaf fahren wir zum Maximilianpark nach Hamm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich kenne den Park nicht. Ist jetzt glaube ich kein großer Park. Bin mir nicht ganz sicher, bevor ich jetzt was Falsches sage. Aber da gibt es wohl Spielplätze und ein Bienenhaus und ein Schmetterlingshaus und irgendwie sowohl so einen Riesenelefanten, wo man rein kann und wo man rausgucken kann. Und die Playmobil-Ausstellung ist da. 40 Jahre glaube ich Playmobil. Und da dürfen wir filmen. Das heißt, wir kommen da rein nach Feierabend. Wir machen um 18 Uhr zu die Ausstellung. Danach dürfen wir rein und dürfen dann da filmen. Da freue ich mich sehr sehr drauf. Jeder von euch weiß, wie sehr ich Playmobil liebe. Von daher, jetzt glaube ich ein großartiger Tag, hoffe ich. Ja, ich sitze jetzt hier vom Laptop schon und beantworte noch ein paar Kommentare, bevor es gleich losgeht. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis gleich. Tschüssi. Guten Morgen. Wir sitzen im Auto. Joanna und ich. Und sind jetzt auf dem Weg zur Skaterbahn. Und danach müssen wir zu... Expert. Expert oder Saturn oder wo auch immer. Speicherkarte kaufen. Die Speicherkarte von Dojo Spielzeugwerk ist kaputt. Und die ganzen Videos sind weg. Ja, wunderbar. Dominik wird sich freuen. Ich wollte nämlich gerade noch ein Video schneiden und mal gucken. Aber es ist alles weg. Da machst du nichts. Welche Videos sind denn weg? KitKat Video. Der zweite Teil. Also Zuschauerpost. Weg. Willst du denn machen, ne? Ich bin der Mann. So, wir sind jetzt da. Joanna macht sich bereit. Die Rollschuhe an. Das hat man dann alles so dabei, ne? Ein bisschen mit. Wo, dass die Tasche so groß ist. Dann wollen wir mal jetzt diese Karte in die andere Kamera reinstecken und das Video machen. So, Video ist abgedreht. Joanna fährt jetzt so noch ein bisschen durch die Gegend. Wee, uuuh. Also ich muss sagen, jetzt hat sie echt schon ganz gut drauf. Ich glaube, viel besser als mit den Inlinern. Wow. Was eine Drehung. Spagat kann sie auch. Aber das seht ihr dann alles in dem Video. Genau. Genau. Ja, dann kannst du ein bisschen weiterfahren, wenn du möchtest. Ja, gerne. So, guckt mal, wer zu Hause ist. Hallo, zusammen. Und die Joanna. Hallo. Lamia schläft oder beziehungsweise die schläft nicht. Die erzählt da oben noch rum. Jetzt müssen wir gucken, ob die überhaupt heute Mittagschaft macht. Die hat gestern schon... Ist der Kogusmus drin? Nein. Die hat gestern schon keinen Mittagschaft gemacht. Nur Joghurt mit Apfelmus. Oh ja, das mag ich. Schmeckt gut, ne? Ey, mach dir selber. Eins. Jetzt sind die mir mein Essen hier weg. Post kam gerade und ich habe West Wing das erste Mal bei West Wing bestellt. Ich muss sagen, es hat Ewigkeiten gedauert, finde ich. Zwei Wochen oder so. Per Paypal alles abgebucht und dann hat es zwei Wochen gedauert. Ich hatte das Nordfliegen, keine Westfliegen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin in die falsche Richtung geflogen. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt brechert man auf. Können wir der Oma geben. Welche Oma? Irgendeine Oma. Oma Rosa, Oma Linda. Oma Rosa, kommt die morgen? So, nee, muss ich nur mit ihr sprechen. Das ist dann gekommen jetzt. Drei Glasflaschen. Was? Trinken? Nein, noch diese schöne Schuhhain. Und? Schon mal ein bisschen schön. Und das Holzbrett. Ich finde die am schönsten. Alle drei. Ich finde die am schönsten. Alle drei. Ich finde die am schönsten. Und das ist dann der Ort. Alles klar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt wissen wir, wo der Eingang ist. Da laufen wir jetzt hin. Ist da ein riesen Elefant. Ich weiß nicht, ob der Papa da gerade erzählt hat. Ich sehe keinen Elefanten. Papa, ist hier ein riesen Elefant? Ja, der hat Gebäude dahinten. Ach klar, der große ist ein Elefant. Ach, das soll ein Elefant sein. Okay, noch mehr Wurst? Ja, machen wir alles leer, wie immer, bevor wir schon da sind. Oh, da kommt Joey. Oh, da ist er. Hallo. Da sind die Rutschen. Upsa. Aua. Aua. Aber geht, ne? Bisschen rutschig hier. Cool. Mehr? Mehr, Papa? Noch mehr rutschen? Ja. Ja, dann geht wieder hoch. Boah. War leider zu spät. Nochmal. Ja, mach doch mal. Eins, zwei, drei. Boah. Wie soll man mal hier diese Rutsche rutschen? Boah. Boah. Min reverberate? Ein Mann. Scoiberh. Baah. 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 Joiberh. Baah. Baah. Ich muss den Blein wechseln. Lamia! Ein bisschen schlecht. Ein bisschen schlecht. So, wir sind durch mit der Playmobil Ausstellung. War richtig toll. War richtig toll, ja. Richtig toll. Richtig toll. Alle hatten Spaß. Ganz besonders der Dominik. Der hat, glaube ich, mehr Spaß gehabt als die Kinder. Kinder. Aber ihr hattet auch Spaß, ne? War schön Playmobil? Ja. Ja? Ich bin immer noch begeistert. Ich kann heute Nacht gut träumen. Hoppala! Oh, super! Macht Spaß? Alles war cool. Was? Nein! 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 Du, dann mach mal Wasser rauf jetzt. Eins, zwei, drei! Jetzt geht das ab. Jetzt geht da vorne in die Mühle. Dann. Ja! 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 Ja, ja! Da kommst du nicht hoch, Schatz. Das ist nur für Kleine, für Große. Ich geh wieder runter. Okay. Ja, heute bestimmt. Ist das das Dschungeldinge? Ich glaub nicht. Das sind Paratendinge. Das ist der Wasserspielplatz. Der Dschungelspielplatz kommt noch. Kann ich mir zur Nacht gehen? Wir müssen ja eh laufen. Da können wir ja mal gucken. Bei der Dschungelspielpferde ist das schon cool. Boah, cool! Hallo! Wo ist das zweite Ding? Mama, wo ist das zweite Ding denn? Weiß ich nicht. Hallo! Hallo! Hallihallo! Hier ist Anna! Wuhuu! Hallo! 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 Lassen! Das ist ja unten. Hier geht die Brüder und Kannstげ, hier ist der Rad. Wer ist es Ja. Das hier oben ist voll cool! Echt jetzt! Komm mal her! Wie kann ich da hoch, Schatz? Papa? Papa, komm mal her! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lass sie doch mal hängen! Ach so, komm mal schnell weg! Hier, Papa! Papa, komm mal her! Geh mal da hin! Weiter hin! Weiter, weiter! Also, bis da vorne hin, ja? Nee, ich weiß, dass da Wasser raus spritzt! Ich war gerade auch da oben! Ich bin nur nicht durch das Loch gekommen! Ich habe aber die Wasserpistole gesehen, die da spritzt! Aber da läuft kein Wasser raus! Oh, ich habe dich doch schießen gesehen! Scheiße! Wir haben ihn nicht veräppelt, ey! Warte! Anna! Komm mal bitte eben! Komm mal bitte eben! Komm mal bitte eben! Leute, das ist hier so schön! Es ist unglaublich! Die Kinder gehen nicht genug! Es ist an jeder Ecke! Irgendwas zum Spielen, zum Klettern! Wasserspielplätze! Es ist unglaublich! Also, die Stunde hat sich auf jeden Fall gelohnt! Möchtest du da nicht hoch? Es ist zu dunkel! Es ist zu dunkel hier! Der ist doch zu dunkel! Mama, gehst du denn vor der Rutsche? Ja! Komm, wir warten vorne auf Joanna! Komm mal mit! Hier ist das auch dunkel, ne? Wir sind aber gefühlt die Letzten hier im Park! Hier ist nichts los! Die Letzten, ne? Die Letzten, ja! Fast gefühlt! Gefühlt die Letzten hier im Park! Weil weit und breit kein Mensch hier ist! Ja! Wir gehen jetzt auch langsam zum Ausgang! Jetzt wird's langsam frisch! Wir gehen nach zum Kiosk! Hier ist ein Kiosk! Hi! Was machst du da? Hallo, hallo, Kitta! 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 Die ist voll überdreht! Das heißt, dass sie total müde ist! Sie hat heute nämlich keinen Mittag scharf gemacht! Ich kann wohl schlafen! Hoffe ich! Gestern hat sie auch keinen Mittag scharf gemacht! Und morgen wollten eigentlich Joanna und ich einen Mutter-Tochter-Tag machen! Eigentlich! Was heißt denn hier eigentlich? Wir wollen auf jeden Fall ins Kino gehen! In welchem Film? Und wir gucken Conny und Co! Genau! Und dann wollten wir eventuell beide zusammen zum Friseur gehen! Mal gucken, ob wir das hinkriegen! Spitzen schneiden! Du willst deine Spitzen schneiden, ja! Aber nur die Spitzen! Hier! Hier! Jetzt weiß ich nicht, wie viel wir hier schon gefilmt haben, wie viel nicht und ich denke mal, dass ich eventuell den Vlog jetzt beende und wir alle Tschüss sagen und jetzt müssen wir noch eine Stunde nach Hause fahren! Das wird eine lange Zeit heute! Genau! Wir sehen uns morgen! Tschüss! Tschüss! Tschaui! Sagst du auch Tschüss, Lamia? Hey! Ja, die macht nochmal ordentlich Dreck! Lamia sagt mal Tschüssi! Sagst du Tschüss? Tschüssi! Mach mal einen Kuss so! Ich weiß nicht, ob Rosi das schon gesagt hat! Wir werden euch den Park hier unten in der Infobox verlinken! Ach ne, das hab ich nicht gesagt! Genau! Machen wir auch noch! 4,50 Euro! Hab ich auch schon gesagt! Für Erwachsene 3 Euro für Kinder ab 4! Tschüssi! Oh, die sind nur noch gut, Zoe! Oh, die tun auch gut, Zoe! Komm, lass sie da! Lass sie da! Lass sie da! Wir holen sie gleich! Komm! Ich hol gleich! Komm! Okay, nach mir will keine Spezialeffekte haben. Kann doch auch nicht da liegen, sagt sie.